Hallo und damit herzlich willkommen zu Black Ops 3 Mit mir den Madin als auch den Henning Hallöchen Pupöchen Hallöchen Pupöchen Ich will ihn in dieser Runde vielleicht mal laufen gucken Warum? Weil ich Spock habe er leben Wallen Black Ops 3 Black Ops 3 Digger Häufern nachlässigt Wie lange hat er Black Ops 3 mehr gespielt? Na Oh komm, da vorne sind die so kleine Motherfucker Nein Alter, ich hab so viel Spaß im Spiel Ich hab noch nicht beeinflusst Für beide Hakel Wuhuuu Ihr Nougat Anusler Leck mich Leck mich Leck mich Und da kommt er von vorne Oh, was ein Stück Slegerito Slegerito Alter, wie der mich gemessert hat Ich geh nach Bauer Boah, das kannst du deiner Mutter erzählen Hallöchen Pupöchen Hallöchen Pupöchen Nö Hier ist dein Standardzimmer Hallo, Hallöchen Pupöchen Ne, Henning Was hab ich denn Geh los mit Lack Nein Nein Hör von der Seite Ja, leck mich doch Meine Ernesse Boom, es ist Alter, langsam gehts wieder 4-6 steht jetzt Bam Sneak ich hier Nein Nein Der leckt mich doch am Arsch Ich will nicht Leck mich Leck mich Äh, Mann Ich hab's jetzt überfügt Ich hab's jetzt überfügt Ich hab's jetzt überfügt Feindliche Schwebeladung immer auf Erlassungsführung Boom Nein Der hat mich Nein Feindlenk Dein Flammenwerfer Willst mich verarschen? Wieso, ich hab auch einen mit Camper-Sau hier Äh Nein, ich wollte ihn raten lassen Äh Achtung Feindliche Schwebeladung gesichtet Achtung Feindliche Drohne nähert sich Noob Leck Ich hab nix gesagt, nix erwähnt, nix Leute, das läuft flüssig auf 60 FPS NUGAT ANUS Huggy Sahne Sahne Sagge dir Quatsch Sagge dir mein Spring Ah, jetzt Durch den, durch Durch den Flammenwerfer Der hat mich Nei Alter Ich sage dir, da kommt der von der Seite angestocher, da machst du nix Da kannst du noch nicht mal Gürkchen aufheben, ey Drohne nähert sich Drohne nähert sich Da machst du nix, alter, hä? Und jetzt? Und jetzt? Falsch Ja, habt ihr das gesehen? Das, das, das kann nicht Hörn mich Hahahaha Hau, wir sind rät, nice Bum, 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 Bede, Bam, Bum Hey, das ist nicht viel Raps, Raps ich hab Hunger Kommt her, kommt zu mir F***n roll Ich bin aufgeschaltet. Bin ich geistesmal. Hey, lass mich raus, man. Oh no. Affen, Titten, Turbo, geil. Da geht ihr, mein Freund. What? Da geht ihr. Nicht mit mir. Ich sage dir, nicht mit mir, Mann. Camper, Sau. Ist in der Ecke, Mann. Es ist, Mann. Genau, das geht echt nicht, nö. Hey. Freude, schöner Götterfunken. Drohne nähert sich. Buddeln, Buddeln. Ich wollte den Headshot geben, ey. Nee. Kommt der eine vor mir. Kommt der eine vor mir. Kommt der eine vor mir. Ich bin letzter. Ich habe auch eine Zeit lang keine Kills mehr gemacht. Nein, ich wollte Last Kill machen. LOL. Drittbester. 16, 17. Kannst du? 13, 19. Ich habe mich gut angestrengt, ey. Ruck. 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 Bist der 404 not found? Neh. Böser Greenscreen. Das ist die Kacke. Kauf den besseren. Kackeinstellungen Böser Greenscreen Der ist sehr böse Und der Greenscreen ist wieder weg Magic It's fucking magic Oh ja, ihr hört leichte Hintergrundgeräusche von Henning, aber Meh Voll Kacke, Alter Voll Kacke, Bannhaus, Tier Voll Kacke, Alter Voll Kacke Voll Kacke Voll Titte Was sagst du dazu? Voll Titte? Was sagst du auch Voll Kacke? Hä? Voll Kacke? Voll Kacke Kacke Ich hab so viel Kacke gesagt Oh Mann, wird dat heute warm draußen SXP Läuft bei dir Was? Ja Warum ihr so fragt, fragt mich wahrscheinlich dann so, wie seid ihr so schlecht? Übernehme Überwachungspositionen Warum hat man bei Henning immer so kaum mich halt geräuscheln denn da rund? Und wie so schlecht sind Können Ja eigentlich nur weil wir das ein halbes Jahr ungefähr nicht mehr gespielt haben Ich freu mich schon auf Battlefield 1, ich freu mich schon der wer auf die Gamescom, was sollen wir zu Gamescom sagen? Mega Hype hier Boah Mann, du Battle for 1000 Battle for 1000 Battle for 1000 Schade, schade, schade Schade, schade Werden wahrscheinlich auch die Gamescom aufnehmen Schade, schade Elling mister Hahahaha Wir haben uns hier im Nachhinein Oder geschreift, ey Aber gut Oste Nein Scheiße, nein Was war ich? Wache ich park Nein Jetzt kannst du den Reaper auseinander Jaa.... Was ich mache? Drum rumstehen und Däumchen drehen! Ist aber nicht so gut. Hähä, sorry! Nicht so gut. Boah nur Battle 4.000 hier ey! Hä! Hä?? Hä?? Wollt ihr compartiert... WasותTEeeeeee¿ Wir ´ix! ja klar mein anus auch am spiel armes armes die haben die aus nana doch die drohne nähert sich war das ja Was? Nimm dich auseinander! Boom! Oh mein Gott. Schakalaka! Machina erledigt! What? Keiten bei dir! Alter! Keiten bei denen? Nein! Nein! RKW, Power! Verbündete Schwebeladung eingesetzt. Achtung! Feindliche Blitzler! Zielerfassung! Achtung! Gut! Was war das? Ähm... Kann ich schon sagen, aber... Ja klar, er ist jetzt nicht da rein... Der leckt mich, Alter! Und beeindruckt. Hab ich auseinander genommen, ey! Hab ich auch auseinander genommen, ey! No battle, nein! Ey, da hat sie mich kalt gemacht! Die Drohne. Ja komm da... Digga, wirklich? Digga! Nein! Ey, Alter! Was geht denn bei dir schief? Ach, schade. So Schnäpfe, zeig was du kannst! Die Drohne nähert sich. Ja... Hier! Ne, ich bin Zweiter. Nein! 1, 8... Wuh! Group Battle activated! Feindliche Vorräte über uns! Verbündete Schwebeladung eingesetzt! Ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Schnäpfe Schnäpfe Einfach nur Schnäpfe Schnäpfe, Mann Ah Von allen Seiten Von allen Seiten Das sag ich dir Schnäpfe Schaufschütze Dazu sag ich nichts Häpfe, das, nee Ja, klar Was, ne Camper, was, ne Camper Was sagen sie dazu, Schnäpfe Hab ihn geweckt Du Schnäpfe, Sau Was Geht bei dem Das wird so Ulti einsetzen Und dann so ein Kack Ne Nee Fick dich, neun Wenn ich dich, nein Kommt er mit zum Fuck, Flammenwerfer Nee Schnäpfe Was Blei, Jugendsicht Da geht Schnäpfe Mission gescheitert Mann, dann ist man mal erster Und dann kriegt man eine Niederlage reingedrückt 22, 22, ich stehe in 9,18 Was ist das denn Nein So ein Scheiß Rapunzel Der Rupanzel Ich denke, die Ergebnisse meiner Arbeit sprechen für sich GG Was sagst du dazu GG Dann ist man mal erster und was ist, man kriegt Und dann wirst du weggerotzt wie sonst was Nö, ich nicht Hast du von weg Ja, mein Greedscreen Ding, 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 ding Greedscreen Sag ich mal, was ist denn mal wieder Erste Runde mit Black Ops 3 wieder Nicht CSGO Also ich glaube, es ist ganz schön kurz Nein 18 Minuten Ah, okay, das geht Kurz 18 Minuten Was sag ich nur noch? Nein Tschüssi